Ein Wunderschüss, Hallöchen direkt aufs Zinnemark mit Eufeksi. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch wieder in eine tolle Zeit bei der Zinnessenkon. Schaut euch mal bitte die Gegend an, wie das hier aussieht. Wie cool ist denn das, bitteschön? Das ist so cool hier, die Gegend. Das ist ein Wahnsinn, ihr Lieben. Bis dann, Eufeksi. Tschüss, ihr Lieben.